Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1072, Das Gewicht der Erinnerung. Ein absolut fantastisches Kapitel mit vielen Enhüllungen und vermeintlichen Bestätigungen, auch wenn nicht alles zu 100%ig genauso bestätigt wurde. Und auch eine meiner Theorien hat jetzt wieder mehr die Möglichkeit, richtig zu sein. Doch zuerst beginnen wir mit der Cover-Story, es geht endlich weiter, Folge 28, der ach so emotionslosen Reise der Germa Doppel 6. Und wir sind weiterhin ein Mads-Flashback, aber es ist einige Zeit vergangen, was wir vor allem an Queen erkennen. Der ist ein bisschen fülliger als noch auf der letzten Seite. Des Weiteren sehen wir dort Winsmoke Judge und wir sehen Caesar Crone. Und sie arbeiten gerade an einer Massenproduktion von Abschlachtwaffen für den Frieden. Natürlich, wir wissen alle, die Mads sind begeistert vom Weltfrieden. Und wir sehen hier auch, ja, sehr bekannte Dinge, die wir bei diesen Charakteren gesehen haben. Beispielsweise einen Speer bei Winsmoke Judge. Er geht ja mehr über diese Technologie. Wir sehen höchstwahrscheinlich hier Queen, der wieder an einem Virus arbeitet. Das wir ja dann im Wano Kuni-Arc, im Kampf auf Unigashima des Öfteren gesehen haben. Aber auch schon in der Udon-Gefängnismine. Und Caesar Crone, ja, der hat damals schon daran gearbeitet, künstliche Teufelsfrüchte zu erstellen. Und er hält auch eine in der Hand. Die scheint aber noch nicht so komplett fertig zu sein. Sieht aber auch ein bisschen anders aus als die späteren Smile-Früchte von ihm. Und da stellt man sich natürlich die Frage, hat er von Anfang an mit Vegapunk daran gearbeitet, als sie noch bei den Mads waren? Oder hat er tatsächlich seine Smile-Früchte nur aus einer Kopie dieser fehlgeschlagenen Teufelsfrucht, die später Momonosuke gegessen hat, erzeugt? Wobei wir ja auch mittlerweile wissen, dass das kein Fehlschlag war, sondern nur die Farbe falsch war bei Momonosuke. Interessante Cover-Story. Ich hoffe, wir werden noch ein paar Ausgaben der Mads bekommen, weil die Mads ja auch jetzt ein krasses Thema in den aktuellen Kapiteln sind. Und damit springen wir auch direkt in das aktuelle Kapitel. Jolie Bonny ist immer noch hinter Vegapunk her, aber die eigentliche Jagd hat sie aufgegeben und versucht es jetzt mit einem Trick. Sie hat sie in ein kleines Mädchen verwandelt und tut so, als hätte sie seinen Knochen gebrochen, was wiederum Vegapunk aus seinem Versteck heraus lockt. Es scheint Vegapunk sehr viel am Wohlbefinden von Jolie Bonny zu liegen. Er fühlt sich vielleicht sogar ähnlich eines Großvaters zu ihr oder einem Onkel, denn er hat ja eine gute Beziehung zu ihrem Vater Kuma. Und als er sich ihr nähert, ja, da verwandelt sie sich ganz schnell zurück und hier sehen wir jetzt mal eine neue Eigenschaft ihrer Fähigkeit. Sie kann sich höchstwahrscheinlich in jede mögliche zukünftige Version von sich selbst verwandeln. Und hier sehen wir eine ziemlich aufgepumpte Jolie Bonny, die jetzt hier direkt wieder auf Vegapunk losgeht. Und sie schafft es auch, Vegapunk am Ende mit diesem Rohrstock zu berühren und da scheinen ganz viele glänzende und scheinende Kristalle aus Vegapunk herauszukugeln, was höchstwahrscheinlich seine Erinnerungen und seine Erfahrungen sind. Denn Vegapunk ist im nächsten Moment eben nochmal ein kleines Kind geworden und er beschwert sich auch, dass er jetzt seine ganzen Erfahrungen eingebüßt hat und die hätte er jetzt gerne wiederbekommen von Jolie Bonny. Und auch an der Stelle bekommen wir eine weitere Aufklärung, die ich ziemlich gut finde, weil mit dieser Annahme bin ich eh schon ausgegangen, dass die Fähigkeit von Jolie Bonny nicht permanent, sondern nur temporär ist. Also nach einer Zeit lässt das wieder nach und der Charakter verwandelt sich in sein ursprüngliches Selbst zurück. Doch bis es bei Vegapunk jetzt soweit ist, dass er sich zurückverwandelt, nimmt Bonny ihn erst einmal in die Mangel. Und er beschwert sich auch, dass das ja Missbrauch ist und dass er jetzt ein kleiner, kraftloser Junge ist. Aber sie möchte ihn jetzt anhören. Er hat nämlich gesagt, es gibt einen sehr guten Grund, warum er Kuma nicht zurückverwandeln kann und das möchte sie jetzt von ihm hören. Aber er merkt schon hier, wenn er jetzt die falsche Antwort gibt, dann wird das nicht gut für ihn ausgehen. Aber im Grunde kann er ihr eigentlich gar keine Antwort geben, denn er hat es Kuma versprochen, dass Jolie Bonny und vielleicht sogar speziell Jolie Bonny nicht erfahren darf, warum Kuma sich hatte umbauen lassen. Und hier bekommen wir auch noch einmal die Bestätigung, dass es die Idee von Bartholomew Kuma gewesen ist, sich umbauen zu lassen. Und das hat auch einen guten Grund. Allerdings erfahren wir ihn an dieser Stelle noch nicht. Aber es gibt Hoffnung darauf, dass wir das in den nächsten Kapiteln erfahren. Denn Jolie Bonny ist jetzt hier extrem wütend und wir bekommen einen kleinen Umschwung im Kapitel zum Redport, wo wir ja auch Kuma das letzte Mal gesehen haben. Und er versucht jetzt tatsächlich die Red Line empor zu klettern, um oben nach Mary Joa zu kommen und das muss die Marine natürlich verhindern. Sie schießen ihn da oder versuchen zumindest ihn von der Wand zu schießen und schaffen das bis am Ende des Kapitels auch. Also er fällt scheinbar runter und da wollen sie jetzt erstmal dafür sorgen, ihn gefangen zu nehmen. Wobei andere natürlich auch der Meinung sind, man sollte erstmal sicherstellen, dass er ausgeschaltet ist, dass er nichts mehr tun kann. Also eine sehr, sehr komplizierte Situation für die Marine an dieser Stelle. Und wir haben auch immer noch nicht so eine hundertprozentige Antwort in diesem Kapitel bekommen, warum Kuma überhaupt zurück nach Mary Joa will. Das Einfachste und das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, ist einfach, er steht immer noch unter der Kontrolle der Tenryu Bitu. Denn streng genommen ist er ja ein Sklave der Tenryu Bitu und möchte einfach zu seinen Herren zurück. Wenn es aber so einfach wäre, warum ist dann die Marine hinter ihm her? Ja klar, gut, die Marine muss natürlich davon ausgehen, dass Kuma entführt wurde und vielleicht von der Revolutionsarmee umprogrammiert wurde. Und dass er ja eine besondere Gefahr darstellt. Er ist immer noch eine spezielle Gefahr, wie es hier auch erklärt wird, weshalb natürlich die Tenryu Bitu erst einmal beschützt werden müssen. Okay, könnte man das vielleicht wieder in Kombination bringen mit dem antiken Eisenkrieger, den wir auf Egghead Island gesehen haben. Aber da müssen wir natürlich ein bisschen Kontext bekommen von Vegapunk, warum das Ganze überhaupt stattgefunden hat mit Kuma und warum Kuma jetzt erst nach Mary Joa zurückkehren will und nicht, dass die ganze Zeit schon probiert haben. Denn er ist ja vor langer Zeit umgebaut worden, also schon direkt vor dem Timeskip. Also was hat er die letzten beiden Jahre getan, außer auf die 1000 Sunny aufzupassen? Oder hat er sich gedacht, nachdem ich auf die 1000 Sunny aufgepasst habe, werde ich nach Mary Joa gehen? Und vielleicht hat sich da auch so sein Leben als Sklave überhaupt erst entwickelt, weil er sowieso in Richtung Mary Joa unterwegs war. Doch kommen wir erst einmal zurück zu Bonnie und Vegapunk, denn jetzt fängt hier etwas an zu piepen. Und Vegapunk versucht sich hier auf der Stelle herauszureden und sagt, nein, nein, das hat gar nichts zu bedeuten, das ist nicht das, was du denkst. Und es hat vor allem auch nichts mit Kuma zu tun, aber Joly Bonnie glaubt natürlich Vegapunk nicht, zu Recht. Sie geht zu einer Tür, die mit einer Kette verschlossen ist und auch hier sehen wir wieder die Fähigkeiten von Joly Bonnie. Sie kann nämlich diese Kette zerstören, indem sie halt eben auch ihre Kräfte einsetzt. Also quasi könnte sie auch hier die Fähigkeiten der Rostfrucht von Shu einsetzen, dass sie halt quasi die Kette so lange altern lässt, bis diese verrostet ist. Oder beziehungsweise natürlich der Reifefrucht von Shinobu, das sollte halt eben auch gehen. Also ich denke, die Teufelsfrucht hat schon eine gewisse Ähnlichkeit zu diesen beiden Teufelsfrüchten, ist allerdings nicht permanent, das heißt nur temporär. Diese Kette sollte sich eigentlich dann nach einer gewissen Zeit auch wieder selbst reparieren, soweit das überhaupt möglich ist bei Gegenständen, weil sie ja auch gesagt hat, dass das nur bei lebenden Wesen so ist, dass die Wirkung nach einer gewissen Zeit wieder nachlässt. Also bei unlebenden Wesen, wie Gegenständen, könnte diese auch komplett permanent bleiben. Ja und jetzt betritt sie einen Raum und dort sehen wir einen riesigen Tatzenballon, den wir ja auch schon in One Piece gesehen haben. Ich nenne ihn mal kurz den Ursos-Schock. Das war nämlich damals, als eben Bartholomew Kuma die Schmerzen von Ruffy herausgezogen hat und sie dann weitergegeben hat an Zorro. Und an der Stelle bekommen wir einen Flashback mit Vegapunk und Kuma, wo er auch nochmal darauf eingegangen wird, dass ja seine Teufelskraft die Fähigkeit hat, Schmerzen in eben diese Ursos-Schockballons hineinzupressen und eben an andere weitergegeben zu werden. Und das hat Vegapunk auf eine gute Idee gebracht, von der Kuma erst einmal gar nicht so begeistert war, nämlich seine Erinnerungen eben dort drin zu verwalten. Und quasi vielleicht sogar seine Seele, denn hier erzählt Vegapunk eine Geschichte, die er mal von einem Gelehrten aus dem West Blue gehört hat. Ja, West Blue Gelehrte, da springen natürlich die Alarmglocken an, da denkt man natürlich als allererstes an Ohara. Könnte es an dieser Stelle vielleicht Professor Clover gewesen sein, er war ja gut befreundet mit Vegapunk, aber es könnte natürlich jeder andere Gelehrte von Ohara gewesen sein. Aber da wir ja nur einen wirklich namentlich kennen, abgesehen natürlich nochmal von der Mutter von Nico Robin, Nico Olivia, gehe ich auch stark davon aus, dass es sich hierbei um Professor Clover handelt. Aber er erzählt uns hier etwas, was gar nicht so eine unbekannte Geschichte ist oder speziell in One Piece stattgefunden hat, weil das ist auch so eine bekannte Theorie, die es hier in unserer Welt gibt. Nämlich, wenn ein Mensch stirbt oder ein Wesen stirbt, ja dann kommt es halt vor, dass er direkt 21 Gramm verliert an Körpergewicht. Und daher geht man davon aus, dass das das exakte Gewicht der Seele ist, dass die Seele auch einen gewissen Gewicht im Körpergewicht annimmt. Und genau diese Seele, die soll jetzt hier quasi durch die Erinnerungen von Kuma ebenfalls in so einen Ursos-Schock verwandelt werden. Und dann sind wir wieder nämlich zurück bei Jolie Bonny, die steht nämlich jetzt in dem Raum, wo wir diesen Ursos-Schock sehen. Ja, ganz interessant, denn Vegapunk sagt auch sofort, berühre das Ding nicht, das sind die Schmerzen von Kuma, die willst du nicht abbekommen, das ist nämlich tödlich für dich. Aber auch das ist natürlich nur ein Bluff von Vegapunk und Jolie Bonny sagt, nein, nein, ich kenne die Fähigkeiten von meinem Vater und das ist es natürlich nicht. Könnte natürlich sein, dass wir das hier nicht so gut erkennen oder das unterscheiden können, weil vielleicht dieser Ursos-Schock eine andere Farbe hat, als der, der die Schmerzen beinhaltet. Weshalb wir wahrscheinlich damit rechnen können, dass Jolie Bonny diesen Ursos-Schock in den nächsten Kapiteln berühren wird und wir einen weiteren Flashback von Kuma bekommen. Und wahrscheinlich auch die Antwort, warum hat er sich komplett umbauen lassen und warum ist er jetzt gerade auf dem Weg nach Mary Joa. Leider erfahren wir das in diesem Kapitel noch nicht, wir drücken deshalb die Daumen für das nächste Kapitel, machen wir einen Szenenwechsel und kommen zu den Strohbanden-Mitgliedern, die sich bei den Satellites aufhalten. An der Stelle mal so eine Frage meinerseits, wo ist eigentlich Ruffy, den hat man gar nicht mehr in dem Kapitel gesehen. Der könnte ja auch gegen die kommende Bedrohung mithelfen und zwar in Form der Cypher-Puller AG Zero. Drei Mitglieder haben es geschafft in die Kuppel zu kommen und nicht nur diese drei Mitglieder, sondern natürlich auch die vier Seraphine. Aber hier wird erstmal davon ausgegangen, dass die Cypher-Puller denen die Befehle gegeben hat mitzukommen, die weiß aber auch nicht davon, warum die Seraphine jetzt auf einmal mitgekommen sind. Und hier bekommen wir es jetzt erklärt, die Seraphine haben so viel Persönlichkeit, dass sie je nach Umständen in der Schlacht selbst entscheiden können, was sie tun sollen, sofern sie keinen direkten Befehl erhalten haben. Und dass sie da mit nach oben gekommen sind, das ist ja gar nicht mal so gut für die Cypher-Pull, sondern jetzt haben die Satellites wieder die Möglichkeit, als Form von Vegapunk, die Seraphine wieder auf ihre Seite zu holen. Oh mein Gott, das Ganze mit den Seraphine ist so kompliziert, man hat wirklich das Gefühl, da wird in jeder Runde neu gewürfelt, auf welcher Seite jetzt die Seraphine stehen. Aber es scheint nicht so, als würde man die vollkommen nutzen wollen, um jetzt die Cypher-Pull zu bekämpfen, sondern man schickt jetzt auch die Satellites runter, um dort zu helfen. Denn die einzigen, die sich dort befinden, sind Zorro und Broke. Und Anmerkung von meiner Seite, eigentlich würde Zorro da vollkommen reichen. Sind wir doch mal ehrlich, Zorro würde wahrscheinlich mit den drei, vielleicht nicht den Boden aufwischen, aber er hätte wahrscheinlich weniger Probleme, mit den drei, die aufzuhalten. Das sieht nämlich auch Sanji so, dem wäre es nämlich auch egal, ob Zorro dort unten sterben würde. Jedenfalls stürmen jetzt zwei der Satellites, nämlich Lilith und Edison, nach unten, um dort zu helfen. Sie wissen immer noch nicht so ganz genau, warum es überhaupt eine Fehlfunktion bei diesem Kraftfeld gab, dass sie eben auch die Möglichkeit hatten, dass die Cypher-Pull nach oben kommen konnte. Das wird immer noch so ein bisschen erforscht. Und ja, Nami, die befehlt auch Sanji jetzt direkt mal nach unten zu gehen. Also du brauchst dich hier gar nicht lustig zu machen über Zorro oder halt schlecht über ihn zu reden. Du gehst jetzt auch nach unten und scheinbar Frankie ist ebenfalls unterwegs. Und Sanji tut so, als wäre er ebenfalls ein Seraphine, ein Sanji-Fien und er gehorcht natürlich nur den Befehlen von Nami. Und Frankie macht sich so ein bisschen lustig hier über Sanji, indem man ihn nicht Sanji-Fien nennt, sondern Zwirbel-Fien, was natürlich eine Anspielung auf seine Augenbrauen ist. Ja, aber hat Zorro überhaupt dort Probleme? Wir sehen nämlich, dass Zorro jetzt in einen Kampf involviert wird, den wir eigentlich im Grunde auch schon in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, nämlich gegen Kaku. Und Kaku hat tatsächlich etwas zu bieten gegen Zorro, auch wenn er ihm jetzt nicht wirklich gewachsen ist. Denn auch ein Kaku hat es geschafft, seine Teufelsfrucht zu erwecken. Zumindest sieht es stark danach aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die ganz normale Giraffenfrucht von ihm da sein sollte. Aber wir warten auch an der Stelle mal ab, damit wir es vielleicht nochmal genauer sehen. Wobei ich auch schon mal hier antiesen werde, dass Kaku bis am Ende des Kapitels erstmal ausgeschaltet wird. Jedenfalls kann er Rüstungshaki einsetzen und setzt das mit seiner Nase ein, was ich ziemlich witzig finde. Und Zorro muss hier auch ausweichen, kann ihn dann aber erst einmal zurückschlagen. Ja, aber zu einem Zurückschlagen von Kaku kommt es dann nicht mehr, denn Kaku wird jetzt hier angegriffen. Aber nicht von einem der Satellites, auch nicht von den Seraphien, auch nicht von den anderen Strohhüten, sondern von Stassi. Ja, tatsächlich, Stassi beißt hier einfach mal in den Hals von Kaku hinein und betäubt ihn damit, schickt ihn schlafen. Und es stellt sich am Ende heraus, dass Stassi scheinbar eine Teufelsfrucht hat, denn sie hat da, ja, Fledermausartige Flügel bekommen. Und da können wir jetzt mal kurz drüber diskutieren, was könnte das für eine Teufelsfrucht sein. Das Allerwahrscheinlichste ist natürlich eine Fledermausfrucht. Aber ich denke, viele denken schon ein bisschen weiter, mystisches Modell der Fledermausfrucht Vampir. Aber an der Stelle gibt es ein kleines Problem, und zwar eine Tatsache, die wir nicht ignorieren dürfen. Wie verhält sich das mit Filler-Teufelsfrüchten? Bevor nämlich eine Fillerfrucht erschaffen werden kann, muss man bei Oda nachfragen, ob er damit einverstanden ist und er diese nicht mehr im Kanon verwenden will. Und beim Spiel One Piece Unlimited World Red haben wir den Charakter Patrick Redfield, der ebenfalls von der mystischen Version der Fledermausfrucht gegessen hat, nämlich Modell Vampir. Heißt also, die Vampirfrucht dürfte so im Kanon dann gar nicht mehr existieren. Und macht natürlich die ganz normale Fledermausfrucht ein klein wenig wahrscheinlicher. Auch wenn ich persönlich die Vampirfrucht nicht ausschließen möchte, ich sage nur, dadurch ist es halt sehr unwahrscheinlich geworden, dass wir die Vampirfrucht nochmal im Kanon erhalten. Im Grunde kann man sich hier vieles ausdenken, vielleicht auch eine Succubusfrucht halte ich für möglich. Aber am Ende ist es doch bei One Piece immer die einfachste Lösung. So war es beispielsweise auch mit der Strohfrucht von Basil Hawkins. Da dachten wir auch viele Jahre lang dran, das könnte die Sumpfmonsterfrucht sein, das könnte eine Vogelscheuchenfrucht sein, eine Voodoo-Teufelsfrucht. Und am Ende war es eine einfache Strohfrucht. Und das ist vielleicht auch das Rätsel hinter der Teufelsfrucht von Stassi. Das ist eine einfache Fledermausfrucht. Halte ich persönlich zumindest am wahrscheinlichsten, aber ihr könnt mir ja gerne eure Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Ja, aber warum hat Stassi jetzt hier einfach Kaku angegriffen und ihn schlafen geschickt und möchte das als nächstes bei Rob Luchy tun, der hier komplett überrascht ist, dass Stassi hier die Seiten gewechselt hat? Naja, zum einen können wir jetzt davon ausgehen, der mysteriöse Verbündete, der sich auf der Insel befunden hat, den Vegapunk kontaktiert hat, war höchstwahrscheinlich Stassi. Also es ist nicht bestätigt, aber es ist sehr wahrscheinlich geworden, dass es sich hierbei um Stassi handelt und warum sie halt auch plötzlich die Seiten gewechselt hat. Und es passt natürlich auch zu den Aussagen, dass sie quasi aus ihrem Heim gezehrt wird, nämlich die Weltregierung als Cypher-Polagent und auf einmal halt dann zum Feind der Weltregierung wird, weil sie sich ja direkt gegen diese entscheidet. Und wir kommen auch noch heraus, wo die Verbindung zwischen Vegapunk und Stassi herkommt. Denn Stassi ist kein Mensch, der einfach geboren wurde. Sie ist ein Klon. Und zwar ein Klon von Miss Buckingham, wo wir natürlich alle stark davon ausgehen, dass es sich hierbei um Miss Buckins handelt. Und wir bekommen hier dadurch noch die Bestätigung, dass Miss Buckins tatsächlich ebenfalls bei den Rocks-Piraten gewesen ist. So wie wir das alle vermutet hatten, und das passt natürlich auch perfekt zu der Aussage von Marco über Edward Weevil, wo er gesagt hat, er ist sich nicht sicher, ob er wirklich der Sohn von Whitebeard ist. Er weiß aber, dass Miss Buckins und Whitebeard mal auf dem gleichen Schiff gewesen sind. Und das waren, wie wir alle angenommen haben, natürlich die Rocks-Piraten. Und hier gibt natürlich eine weitere Theorie, die ich vor drei Jahren hatte, dass Weevil eventuell der Klon von Whitebeard sein könnte, wieder mehr Substanz. Weil das könnte vielleicht der Deal gewesen sein von Miss Buckins, dass sie gesagt hat, okay, ich stelle euch mein Erbgut zur Verfügung, ich mache bei den Mads vielleicht mit. Wir erinnern uns an die letzte Cover-Story, wo wir ja auch im Grunde Stussy gesehen haben, aber viele gedacht haben, es könnte Miss Buckins sein. Könnten immer noch beide Charaktere sein, aber auch halt eine junge Miss Buckins, die dadurch dann halt quasi geholfen hat. Und im Gegenzug hat sie einen Klon von Whitebeard erhalten, den sie großgezogen hat und dem immer eingeredet hat, dass er ja der Sohn von Whitebeard ist. Hier passen natürlich auch die Aussagen von Weevil, der ja in einen Spiegel schaut und denkt, dort Whitebeard zu sehen. Und dass er natürlich der Sohn von Whitebeard ist, aber in dem Sinne ist er ja buchstäblich Whitebeard. Weil er der Klon von ihm ist. Und ja, vielleicht hat Miss Buckin ihn gestohlen, vielleicht hat sie ihn für ihre Arbeit bekommen. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass das Experiment Edward Weevil nicht so ganz funktioniert hat, weshalb er so ein bisschen komischer aussieht. Aber auch hier passt die Aussage von Kisaru hinein, dass er ja gesagt hat, dass dieser Edward Weevil genauso stark ist wie ein junger Whitebeard. Ja, passt natürlich perfekt, weil er buchstäblich im Grunde Whitebeard ist. Auf der anderen Seite bekommen wir hier bei Stussy noch gesagt, dass sie das erste erfolgreiche Experiment war. Quasi die Nummer 1 der Klone, die funktioniert haben. Weshalb das auch wieder vielleicht eine Anspielung darauf ist, dass Edward Weevil eher ein fehlgeschlagener Klon ist. Junge Oda, was war das denn wieder für ein Mega Kapitel? Wir haben so viele Bestätigungen bekommen, so viele Fassbestätigungen und natürlich neuen Anreiz, weiter über neue Sachen zu spekulieren, wie beispielsweise die mögliche Teufelsfrucht von Stussy und ob sie vielleicht die Verbündete war, die Vegapunk ein Kapitel zuvor kontaktiert hat und die jetzt einfach die Seiten wechselt. Ich frage mich auch, wie das Ganze jetzt ausgehen wird, weil wenn jetzt Vegapunk und die Satellites es schaffen, auch noch die Seraphine wieder auf ihre Seite zu bekommen und Kaku sowieso schon ausgeschaltet ist beziehungsweise ins Reich der Träume geschickt worden ist, ja, dann hat Rob Luchy eigentlich nur noch eine Möglichkeit, nämlich zu fliehen. Und es passt natürlich auch zu dem, was Stussy in dem letzten Kapitel gesagt hat, als sie noch versucht hat, nämlich hier Rob Luchy davon abzuhalten, dort oben anzugreifen und eher auf die Marine zu hören. Was man noch erwähnen sollte in diesem Kapitel ist, dass Stussy schon bereits am Anfang des Kapitels ja mehr oder weniger angeteast wird, als etwas, was als Mensch erschaffen worden ist von den Mads. Also auch hier eine Nachricht aus der Vergangenheit in den ersten Erklärpanels, die wir dort hatten in diesem Kapitel. Und was noch zu erwähnen ist, dass eines dieser Laborgebäude ebenfalls von den Seraphine zerstört wurde auf den Befehl von Rob Luchy hin. Gut, das kann ihn jetzt auch keiner mehr aufhalten und eigentlich sollte er dafür sorgen, keine Kollateralschaden dort anzurichten, weil alles sehr fährtvoll ist für die Weltregierung. Aber er hat das jetzt natürlich trotzdem getan. Auf der anderen Seite steht er jetzt mit dem Rücken zur Wand. Was kann er jetzt noch großartig tun? Egal, wie stark er geworden ist, da steht jetzt ein Zorro, ein Sanji ist unterwegs. Die Seraphine wechseln vielleicht die Seiten. Stussy hat noch eine unbekannte Stärke, wird aber auch nicht unbedingt schwach sein. Und sein einziger Verbündeter, der noch dort ist, nämlich Kaku, ja, der schläft jetzt halt einfach. Den kann er gerade vielleicht noch greifen und dann wieder den Abflug machen. Oder Kizaru muss jetzt mal schneller kommen, damit er sich auch noch einmischen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, euch geht das ganz genauso. Schreibt mir doch mal eure Meinung zum aktuellen Kapitel unten in die Beschreibung und vergesst nicht eure Fragen für die Nachbesprechungs-Live-Q&A morgen um 17 Uhr hier auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid wieder alle treu dabei. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Reviews und natürlich viel mehr One Piece Content. Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich von euch zu verabschieden. Abschieden, bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!